Hallo Freunde, hier ist wieder der Darkness mit BMXXXX. Ja, beim letzten Mal sind wir im Rampag Skatepark hängen geblieben und mir ist ein kleiner Fehler passiert. Da ich den Rampag Skatepark nicht geschafft habe, wollte ich eigentlich nur dieses Level freischalten. Habe aber aus Versehen den falschen Code eingegeben und jetzt sind schon alle Level freigeschaltet. Aber das sollte euch nicht weiter stören. Ich werde weiterhin 10 Aufgaben pro Level beenden und irgendwann später mal die ganzen Skateparks machen, weil die nerven einfach nur. Hol dir den Nervenkitzel bei der Eröffnung der Cheap Hills Mall. Ein paar hübsche Landstriche der berühmten Westküste Paradieses Cheap Hills müssten einem noch hübscheren Einkaufszentrum weichen. Meistere Herausforderungen, um Cheap Hills für die BMX-Gemeinde zurückzuerobern. Pass auf fliegende Donuts und Ballons auf. In der Gegend auf, so, klar, ja, verdienen die ein paar Donuts und bestechle irgendjemanden. So, gucken wir uns hier erstmal um. Ja, was weiß ich von dem Level schon. Ja, hier gibt es kleine Clowns. Die werde ich aber erst einsammeln, wenn ich weiß, wo die alle sind, weil die müssen wir... Ja, dreh dich. Wow, plattgefahren. Ähm, die müssen wir auf jeden Fall hier hinten in das kleine Auto bringen. Aber da vorne habe ich schon eine Aufgabe gesehen. Was willst du denn von uns? Spring vom Flaggenwagen und mach einen... Wow. Superman, wie ging der nochmal? B-Knopf für ein... Drück oben und B für ein... Und rufahndes... Okay. Hä? Achso. Das war falsch. Spring vom Flaggenwagen und mach... Drücke oben und... Achso, oben rechts. Und nochmal. Los, komm her. Oben und rechts war's. Hä? Von wo will der da ich los springe? Das hier ist doch der Flaggenwagen, oder? Das war's auch nicht. Mann, von wo will der da ich los springe? Ey, Junge, bleib... Bleib doch stehen. Siehst du, das hast du jetzt davon. Was wollen die denn da hinten? Machen wir das später. Jungs, was wollt ihr? Um, holte die Donuts mit... Wupp. Wupp. Vom Dach... Du hast du die Donuts mit... mal Flachlandtricks. Ähm, hä? Was wollen die von mir? Was sind denn Flachlandtricks? Hallo? Herausforderungen betrachten. Ja, ich will die Details sehen. Hol dir die die Donuts mit drei unterschiedlichen Flachlandtricks. Hol dir danach die Donuts und bringen sie dem Wachmann der Maul. Ja, und was sind Flachlandtricks? Ähm, Moment. Ja, ja, komm. Ähm, mit drei unterschiedlichen Flachlandtricks. Ich weiß nicht, was die meinen. Das ist es wahrscheinlich nicht, aber ich sammle den einfach mal ein. Aus. Die Aufgabe ist blöd. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Fahren wir einfach mal in die Mall rein. Labern wir noch mal mit dem. Oben rechts war es auf jeden Fall nicht. Jetzt mache ich mal oben links. Nein. Der will mich verarschen. oben rechts ist das auf gar keinen Fall. Das ist der Tail Whip. Das ist der Candy Irgendwas. Wow. Das hat mal funktioniert. Wow. Er funktioniert ja doch. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie man den lange hält. Und dann kann ich endlich diese beschissene Aufgabe machen. Mann, lass mich auf den verfluchten Wagen. Danke. Okay, so machen wir schon mal den Superman. Dann muss ich nur noch die Drehung da reinbringen. Aber das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit darstellen. Hoffe ich. Los, stehst du wieder hier? Ja, du stehst wieder hier. Sehr schön. So. Also nochmal da hoch. Ich weiß ja jetzt, wie man den Superman macht. Höp. Wow. Ach. Wäre die Aufgabe auch schon mal erledigt. Da ich nicht weiß, was Flachlandtricks sind, werden wir ja auch mal hier vorne in den Skatepark fahren. Oh. Was war das, du kleiner? So, da trafst du davon. Ja. Keine Aufgaben hier. Ist ja mal langweilig. Was haben wir denn hier hinten noch? Gucken wir uns erstmal um. Ups. So. Hoppa. Da ist noch so ein kleiner Clown. Yeah. Da haben wir eine neue Aufgabe. Grind von der mittleren Markise zum Rand des Brunnens. Oh, okay. Lalalala. Erstmal hier hoch. Ja, von hier aus sollte das gut funktionieren. Dann erst einen Grind da drauf. Und dann einen... Nein, das war's nicht. Ähm. Ja. Erstmal wieder einen Grind machen. Runter hier. Und dann nochmal probieren. Och, wenn die nicht immer wegfahren würden. Wo ist die Tussi denn jetzt hin? Sü ist weg. Ah, ich hätte noch Zeit gehabt. Sehr schön. Fahren wir also nochmal da runter. Ich hab grad gesehen, die steht da wieder. Oder auch nicht. Nein, das ist eine andere Aufgabe. Ich hab's gefragt, dass du hier wirklich alles fahren kannst. Und ich hab's gefragt, ob du mir ein Worte machen kannst und diese Sicherheitskameras ausziehen kannst. Weil sie machen es total Bummer, um Dinge zu holen, die du zu holen willst. Es ist so, dass jeder dich sieht und was. Das ist so nicht cool. Ich meine, diese Kameras sind wie auf meine Rechte oder so. Es sollte wirklich eine Art. Also, wir müssen Kameras ausschalten. Alright, Grind helfen hier hoch zu... Einigen Kameras... Einigen Kameras... Ähm... Wo sind denn die Kameras? Ach, da vorne ist eine. Das war die zweite. Und die anderen beiden müssten dann auf der anderen Seite sein. Die dürften dann hier auf der Seite sein. Ja, das ist kein Problem. Na los, komm noch mal her von Momente Lady. Da bist du ja. Flupp. Ja, die Katzen haben wir gesehen. Wir wissen, was du zu sagen hast. Höp. Wallride. Eins an die Kamera. Wallride. Na gut, das war kein Wallride, aber die Kamera ist trotzdem am Arsch. Mädel, geh mir mal aussehen. Okay. Ähm... Juuuut. Also, da vorne sind die anderen Kameras. Ich wollte schon sagen. Und da vorne ist die letzte. Oh, das packen wir noch. Das packen wir noch. So, Mädel. Mädel. Gib mir deine Aufgabe. Danke. Ja, Unfall um. Hast du schön gemacht. So, einmal drehen. Und einmal... Ah... Das war nix. Also, wieder hoch da. Hoch da, hab ich gesagt. Höp. Einmal drehen. Und auf die Fresse fliegen. Ähm... Lalalalala... Springen. Nein, das war zu spät. Das Dach will mich gerade ärgern. Ja, zehn Sekunden. Das kann ich vergessen. Das schaffe ich nie mehr im Leben. Wow. Ja, klasse. Zwei, drei Sekunden mehr und ich hätte es geschafft. Jetzt ist sie wieder weggefahren. Ah, da ist sie ja. Und stellt sich wieder da vorne hin. Sehr gut. Ja, komm, flieg mal auf die Schnauze. Flieg nochmal auf die Schnauze. Los. Und ab dafür. Also, wieder die Treppen hoch. Und dieses Mal versuche ich das in einem Sprung zu schaffen. So. Hepp, 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 hepp. So. Los, komm schon. Oh, meine Güte, ey. Noch ein Versuch. Schnell. Hopp. Du gehst mir mal aus dem Weg. So. Also nochmal. Höpp. Ja, kann ich schon wieder vergessen. Ach. Das ist doch wohl zum... Lalalala. Ja, Zeit, VG, los. Sehr schön und... Hopp. Ähm. Ja, müssen wir noch mal kurz warten, bis sie wieder da ist.